Schau mal, eine Katze! Und sie hält eine Erdbeere in den Pfoten. Hättet ihr das auf einer Windel erwartet? Wahrscheinlich nicht, während Bärchen hoch im Kurs stehen, gab es in über 80 Windeltest-Videos bisher keine mit Katze. Bei der Tinimals wirkt es zwar auf den ersten Blick so, doch sie hat Tiger, Bär und Löwe als Motive. Die Omotsuperfection wagt einen Versuch mit einer niedlichen Katze in japanischem Stil. Anders als in den westlichen Ländern hat sich Niedlichkeit dort schon seit Jahrzehnten als Design-Element durchgesetzt. Es ist eine Stilart, in der Unschuld und Kindliches betont werden. Das ist dort keineswegs auf bestimmte Szenen beschränkt, sondern weit in der Gesellschaft verbreitet. Gesellschaftlich herrscht kein stark ausgeprägter Druck, kindliches Verhalten abzulegen, wenn man älter wird. So gibt es dort beispielsweise Flugzeuge mit Pikachu und anderen Figuren. Dieser verspielten Stil aus Japan hat Reas als Vorbild genommen für eine Windel mit Katze, Erdbeere, Kaffeetassen und Regenbogen. Auch das ist bisher einzigartig. Als Hintergrund wurde rosa gewählt, was sicher nicht jedermanns Sache ist. Das wiederum scheint zunehmend in Mode zu kommen. Ich hatte schon einige Windeln im Test, die entweder komplett in rosa gefärbt waren. Oder zumindest einzelne Elemente, wie die Seitenteile. Technisch verspricht der Hersteller eine Saugleistung von bis zu 12 Litern, die er als unvergleichlich beschreibt. Sie unterscheidet sich so soll sie sich weich und luxuriös anfühlen. Da ist bereits klar, dass es natürlich eine Folienwindel wird. Das mit der unvergleichlichen Saugleistung wirkt etwas dick aufgetragen. Windeln mit 11,5 Litern im theoretischen Test gibt es bereits. Ob man die mit dieser vergleichen kann? Wir wissen es nicht, weil leider auch hier nicht verraten wird, mit welchem Test dieser Wert im Labor gemessen wurde. Und ob es überhaupt ein Standardverfahren war, oder etwas eigenes. Wie bei vielen Windeln lässt sich dieses Versprechen ohne Praxistest nicht bewerten. Während die Saugleistung gestiegen sein soll, sind die Größen in der Breite geschrumpft. Neben Medium gibt es noch L+. Sie soll wohl auch ein Stück weit XL abdecken können. Diesen Trend sehe ich seit einiger Zeit. Die kleinste und oder größte Größe wird bei neun Windeln weggelassen, weil diese nur wenigen passen. Mit M und L erreicht man einen Großteil aller Menschen. Ebenfalls auffällig, die Windeln sollen zart duften. Nach was genau, wird nicht verraten. Wahrscheinlich fruchtig nach Beeren, das würde gut zum Motiv passen. Preislich werden 31,44 Euro für eine Packung mit 8 Stück fällig, das wäre ein recht stolzer Preis von 3,93 Euro pro Windel. Allerdings sind das die Preise direkt bei Reas in Kanada. Dort habe ich noch nie bestellt, weil der Versand und die Einfuhrabgaben teuer wären. Ich denke, ein Shop, der sie importiert, könnte sie günstiger anbieten. Für Reas sind Packungen mit 8 Stück ungewöhnlich. Bei ihnen sind normal 12 Windeln enthalten. Das zeigt wieder mal, wie wichtig es ist, beim Vergleichen von Preisen auf Stück zu rechnen. Knapp 4 Euro pro Windel schockieren mich etwas, das wären ja Dimensionen wie bei hochpreisigen Kartenwindeln von Abu. Um das zu rechtfertigen, müsste die Windel deutlich andere überragen. Ich bin gespannt und hoffe, dass sie bald in europäischen ABDL-Shops importiert wird, am besten zu einem geringeren Preis, wie wir es bei Reas gewohnt sind. Selbst sehr dicke Windeln wie die Kritta Kabus kommen auf einen deutlich geringeren Stück Preis von etwa 2,74 Euro pro Windel. In dieser Region für um die 3 Euro wäre sie sehr interessant. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare oder kommt gerne in meine WhatsApp-Gruppe, wenn ihr euch mit anderen Überwindeln austauschen möchtet. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video.